Hallo Tischtennisfreunde, ich bin Michael Pollack, Erfinder von Tischtennistrainingsgeräten aus Vellbach, nahe Stuttgart. Und in diesem Video zeige ich Ihnen meine neue Erfindung, das Leichtmobil Returnboard. Wie der Name es sagt, ist das Leichtmobil Returnboard ein Returnboard-Trainingsgerät. Es ermöglicht ein individuelles Tischtennistraining im Verein oder im Hobbyraum. Die Montage. Einfach die beiden Seitenflügel aufgeklappt, die Level-Leiste entnehmen, die Level-Leiste unten einfädeln. Das Returnboard nach vorne klappen und hier oben einfädeln und schon ist das Returnboard spielbereit. Gut so. Kommt ein langer Ball zurück, kann ich einen Ballwechsel trainieren. Spieleröffnung mit der Rückhand. Ball auftippen und vor das Bord schlagen. Das soll ein langer Ball zurückkommen. Gut. 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 Return-Board Demontage. Aushängen der Level-Leiste. Vorben und unten, fort nach hinten schwenken. Seitenteile einschenken und Level-Leiste einhängen. Und schon ist das Return-Board transportfähig. Ich kann es platzsparend in der Halle unterbringen oder im Auto leicht transportieren. Ich kann Ballwechsel trainieren, an meiner Technik pfeilen und erhalte Erkenntnisse zu meiner Technik. Durch ein Feedback zur Rotation, ein Feedback zum Tempo, ein Feedback zur Platzierung und ein Feedback zur Ballflughöhe. Ich kann es platzsparend in der Halle unterbringen.